Hallo und herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley zu einer weiteren Folge. Wir haben in der letzten Folge die zwei Sachen gekocht, die wir denen jetzt beiden geben. Um da ein bisschen in unserem Aufgabengebiet weiter zu kommen. Ich glaube, dann fehlen nur noch zwei Bestellungen, die uns momentan fehlen. Okay, das ist leider nicht machbar, weil Ursula immer noch schläft wahrscheinlich. Aber wie lange schläft sie denn? Also, das haben wir gerade eben erst gemacht. Das geht morgen erst wieder. Das geht auch noch nicht. Das heißt, wir können es nur abbauen und hoffen zu angeln. Das sind momentan unsere Aufgaben, die für uns eigentlich nur machbar sind. Aber dann hätte ich gerne einen Charakter, mit dem ich wenigstens level, wenn ich das schon mache. Und dafür würde ich dann gerne Simba mitnehmen. Ähm, lass uns abhängen. Das ist ja hier immer noch unsere tolle Blume. Wo leider scheinbar immer noch nichts passiert ist. Dann gehen wir mal Steinchen abbauen, in der Hoffnung, dass wir jetzt mal was Richtiges haben, was wir brauchen. Das ist ja hier immer noch etwas Richtiges haben, was wir brauchen. Dieses Welli ist so freundlich, wie eine Umarmung. Vielleicht Ist das ein Glänzender? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das ein Glänzender? Bitte, 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 lass das ein Glänzender sein. Auch nicht. Wir bauen weiter ab. Und hoffen natürlich, dass es als... Oh, jetzt habe ich mein Haustür gestreichelt. Auch schön, aber ich wollte eigentlich die Erinnerung aufheben. Die haben wir sogar noch nicht... Ui, schön. Und wieder schön Ausschau halten nach Blumen. Probieren wir es mal hier, in der Hoffnung, dass hier ein Glänzender drin ist. Ja. Gott sei Dank. Okay. Haben wir erledigt. Ist Karp... Krapfen. Krapfen. Okay, also einmal wieder kochen. Hier sind keine Blümchen mehr. Nein, okay, dann gehen wir jetzt erstmal kochen. Krapfen. Zehn Krapfen essen. Krapfen. Der wird wahrscheinlich bei Dessert sein, oder? Kaffee. Nee, gehen wir mal hier hin. Krapfen. Kuckuckuck. Ist das eine Vorspeise? Nee, warte mal. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Hauptmenü. Nachttisch. Habe ich mich vorhin verklickt? Hier. Zehnmal. Ach, da fehlt mir doch schon bitte die Hälfte. Eins. Ach, das Glück, aber nur Eier. Die kann ich noch nachkaufen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal Eier kaufen. Für mehr reicht es leider nicht, von meinen Zutaten her. Einmal bitte Eier kaufen. Okay, Eier sind wahnsinnig teuer scheinbar. Trapfen. Trapfen. Dessert. Ich weiß, hier dauert es zwar länger, aber es sind so noch zwei Stück. Also es passt schon. Dann machen wir die restlichen Eier wieder in die Box rein. Ich glaube, die Wand da. Ja. Und wir essen einmal. Check. Gebe Knoblauch auf 30. 30 Knoblauch. Mein Gott. Knoblauch. Knoblauch. Wo war denn nochmal Knoblauch? Im Wald, ne? Haben wir mittlerweile andere Gäste, die Bestellung wünschen? Oder? Ne? Noch nicht. Gott. Dann gehen wir jetzt mal in den Wald und fangen an, Knoblauch zu sammeln. Knoblauch. Knoblauch fangt Gutenberg. Mein Gott, hier wachsen echt viele Blumen. Knoblauch, Knoblauch an der Wand. Wer sammelt am meisten Knoblauch im ganzen Land? Ich habe ein blaues Ei gefunden. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da jetzt länger für brauchen. drinnen. Und jetzt mehr auf. Ich möchte es sehen. Ich habe ein bisschen gebissen. Daumen drücken, dass wir sie noch nicht haben. Doch, wir haben sie schon. Okay. 6 von 30 habe ich gefunden. Ursula, schläfst du noch? Ursula ist wach. Leute, Ursula ist wach. Prima. Das heißt, die Mission haben wir dann auch morgen geschafft. Also nicht morgen im Sinne von Video morgen, sondern morgen im Sinne von morgen morgen. Im Prinzip in Echtzeit. Oh nein, ich habe die Sachen gar nicht dabei. Fällt mir gerade auf. Wir müssen ja erstmal die Sachen holen. Ich komme hier nicht raus. Warum hänge ich? Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Mein Spiel hat sich gerade einmal aufgehängt. Und ich weiß nicht, wann zuletzt gespeichert wurde. Ich lieb's. Ich lieb's. Okay, ich kann hier aber auch gerade nichts drücken oder so. Oh, jetzt ging's wieder. Okay. Ähm, wir holen gerade erst mal Ursula ihre Sachen, dass wir die geben können. Ich habe aber den Eindruck, es backt so ein bisschen. Ich glaube, man hört immer noch die Töne von Ursula ihrer Höhle. Wo ist denn Ursula? Ursula. Nala ist jetzt auch wieder wach? Aber wo ist Ursula? Da ist Ursula. Ich meine, heute kriegen wir die Mission eh nicht mehr erfüllt. Wo ist denn jetzt hin? Was ist das denn? Oh, du bist es hervorgehend. Sehr gut. Sehr gut. Morgen. Morgen. Jetzt hänge ich mich an den Vieren auf. Olaf ist jetzt am Essen da. Den haben wir noch nicht bedient. Dann gehen wir jetzt nochmal hin. Kartoffelsuppe mit Lauch. Wünscht er sich. Kriegst du, Olaf? Kriegst du. Vorspeise. Okay. Dann fehlt nämlich nur noch eine Person, die ich im Restaurant bedienen muss. Ich bin's, Olaf. Guteschön, deine Bestellung. Da gehen wir jetzt nochmal gucken und dann gehe ich nochmal runter an den Strand ein wenig angeln. Wenn ihr irgendwo ein Flänzchen seht, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Es fehlt auch nur noch eine Pflanze. Diese Narren haben keine Vorstellung, welcher Zauber sich hier kontrolliert. Ach ne. Das ist ein Gewürz. Da hinten ist so eine neue Pflanze gewachsen. Aber leider nicht die, die wir brauchen. Ich gehe gerade nochmal lang, einfach um zu gucken. Ne. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder angeln. Da haben wir blaue Bläschen. Einwandfrei. Wärme den ganzen Garnelen. Ach so, das war dieser Königsfisch. Ich hätte gerne Garnelen. Please, Garnelen. Das hätte ja zweimal schon Garnelen sein können. Das war halt leider kein blauer Kreis. Ich habe Simba ganz eindeutig eine Sammeldingse gegeben. Okay. 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 Ich brauche blaue Blubberbläschen. Was ist da hinten blau? Ist alles weiß. Alles weißes Blubberbläschen. Ach nee. Okay. Wir gucken gerade mal. Also. Das will ich haben. Das will ich haben. Das will ich haben. Das will ich haben. Da fehlen noch so viele. Elsa habe ich schon bekocht. Olaf habe ich auch schon bekocht. Kann ich jetzt eigentlich nur noch Garnelen angeln. Wir machen mal ganz kurz. Ja, perfekt. Meine Kübis sind fertig. Die sammeln wir mal ganz schnell ein. Das überspringe ich dann gerade, bevor ich bei YouTube. Bis gleich. Gut. Dann haben wir jetzt einmal alles geerntet. Sehr gut. Dann kaufen wir jetzt auch gleich neue Samen. Kaufen. Wie viel kaufen wir mal 70, würde ich sagen. Und dann sehen wir das gerade einmal alles. Sehr gut. Dann haben wir jetzt einmal alles schön gegossen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir finden noch ein Pflänzchen. Das wäre natürlich optimal. Oh ja, hier sind schon mal gelbes. Vielleicht finden wir auch ein grünes. Ich sehe auf jeden Fall einige neue Pflanzen, aber bis jetzt noch keinen grünen Badfaden. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, wir haben hier einen Helden. Nee. Nee. Ich hätte noch einen einzig, bis jetzt gefehlt, aber okay. Dann gehen wir jetzt erstmal angeln. Wir müssen ja noch ein paar Garnelechen fangen, ne? Bitte eine Garnele, bitte eine Garnele. Gott sei Dank. Hier könnte auch nochmal eine Garnele sein. Könnte. sehr gut. Sehr gut. Das sind alles normale Bläschen. Wir brauchen aber die blauen. Gucken nochmal, ob wir Knoblauch finden. Ja. Hier ist nochmal Knoblauch. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall nur nicht gesehen. Wally. 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 Theoretisch Theoretisch könnten wir im Laden schon mal ein bisschen was einkaufen Ich meine, da gibt es ja auch jeden Tag neue Klamotten Und dass man die halt schon mal hat Ihr kennt's Ich glaub, Klamotten Klamotten gehen immer Warum ist die so teuer? Na ja, gut, okay 25.000 für den Rock einfach Nicht normal So Gehst du bitte raus So, dann gehen wir halt noch mal über den Strand laufen Mir fehlen da halt noch ein paar Kanelen Ich weiß, das ist jetzt kein Blau Wo man weiß, dass es drin ist Aber egal, wir angeln trotzdem Das wird ja dann aufgebraucht Dann können wir das auch wieder verkaufen Komm schon, spiel Wenigstens ein Blaues Das sind alles nur weiße Blasen Ich bekomme die Krise noch Ich brauch Blaue Ich brauch Garnelen Da ist, glaub ich, Blau Drück die Daumen, dass es auch Garnelen sind Sehr gut Wieder eins näher an der Wunschsituation So Nee, das war nicht ganz getroffen Jetzt würde ich sagen Jetzt haben wir ganz getroffen Simba, du backst ein bisschen Ja, das war nicht ganz getroffen So Hey, ich wette, dein erster Freund war ein Spielzeug Mein Gott Aber grüner Bartfaden ist hier immer noch nicht Das ist ja der Grund, warum ich hier allzu rumlaufe Das ist wirklich sehr deprimierend Auf der einen Seite denkt man, ich habe so viel zu tun Auf der anderen Seite ist man eher am warten Naja Sah nicht so prickelnd aus Okay So, ich würde sagen Wir machen hier schon mal einen Cut für die Folge Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar für mich Und dein Video da Und auf jeden Fall ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt Denn dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal Macht's gut, meine Lieben Ciao Ciao